Herzlich Willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringray. Wir spielen Pokémon Alpha Saphir weiter. Beim letzten Mal haben wir es hier auf Route 113 geschafft und gleich mal ein wundervolles Panzer Ehron gefangen, was irgendwann nochmal in unserem Team landen wird, aber vermutlich, naja, nicht in den nächsten 5 Minuten, denn die Zeit werden wir jetzt stattdessen damit verbringen, wieder mit unseren Bömmeln rumzulaufen, das zum einen, und zum anderen werden wir vermutlich noch auf den einen oder anderen Trainer treffen, der uns hier so ein ganz klein bisschen erheitern wird mit seiner wunderbaren Wunderbarhaftigkeit. Hallo Pandir, du bist ein lustiges kleines Pokémon, glaube ich. Was kannst du, was bist du, was, du entwickelst dich nicht, deswegen bist du eigentlich furchtbar uninteressant. Du siehst einfach nur selten dämlich aus. Pandir setzt Zornklinge ein. Aha, das ist ja cool. Das kann Attacken kopieren. Einfach so, weil es Lust dazu hat. Na gut, es sieht zwar ein bisschen belämmert aus, aber wir wollen uns trotzdem fangen. Ich fürchte aber, dass ich trotzdem irgendwie Superbälle dafür ansetzen muss, damit das Ganze vielleicht ein bisschen schneller geht oder so. Ja, weil ich vertraue meinem Glück einfach nicht, dass es mit einem einfachen Ball klappt. Ja, da sehen wir es, ne? Pandir will ich nicht haben und es kommt sofort breitwillig in den Ball. Es springt mir quasi schon in den Schoß und will mich nie wieder loslassen. Das ist ja schlimm. Was für eine Anziehungskraft, die ich auf manche Pokémon ausübe. Hallo, kleines süßes Pandir. Das Punktpanda-Pokémon. Jedes Pandir trägt ein einzigartiges Fleckenmuster auf seiner Haut. Dieses Pokémon bewegt sich höchst seltsam. Es schwankt und stolpert, als wäre ihm schwindelig. Seine schlingernden Bewegungen verwirren seine Gegner. Joa, der Drunken Master-Stil. Drunken Master? Drunken? Ihr wisst schon. Jackie Chan? Und so. Eventuell. Vielleicht. Irgendwer. Egal. Rate mal, warum es hier draußen so kühl ist. Weiß ich nicht. Vor allem, dass es ja kein Schnee, der da runterkommt die ganze Zeit. Wir haben es hier ja mit einem Ascheregen zu tun, der die ganze Zeit von dem Ollen Schlotberg hinuntergefeuert wird. Ähm, ich weiß nicht, ob das so gesund ist auf Dauer. Aber wir müssen damit jetzt einfach mal zurechtkommen. Ist jedenfalls mal ein sehr nettes und interessantes Setting. Dieser Staub an sich, oder diese Asche, oder wie auch immer wir es nennen wollen, ähm, die hat aber absolut keine Bewandtnis bezüglich des Kampfes, oder? Also das ist ja jetzt nicht so bei Regen zum Beispiel. Wenn es regnet, dann ist das wie wenn Regentanz im Kampf eingesetzt wird. Oder bei der Wüste, bei einem Sandsturm, da ist es halt so, wie wenn ein Sandsturm von Pokémon eingesetzt wird. Aber hier bei der Asche, da passiert halt nichts weiter, ne? Pff, ich hab's verbockt. Ja, du hast es ein bisschen verbockt, aber nur ein bisschen. Wir haben dich trotzdem lieb. Die Vulkanasche lässt keine Sonnenstrahlen durch, darum bleibt es hier kalt. Ich find das aber besser so, ich mag die Hitze nicht. Oh ja, zu kalt darf's nicht sein, zu warm darf's auch nicht sein, irgendwie. So ein Mittelding war halt ideal. Dupdi-dupdi-dup, irgendwo hier oben soll ein ganz cooles Item sein. Es macht irre Spaß, in einen Hügel aus Vulkanasche zu sprengen. Ach so? Na gut, dann gucken wir uns das Ganze doch mal an. Aha. So, flupp. Aha. Aha. Ja. Ja. Ah. Hering findet das Item Äther. Und das noch ohne, dass ich die Asche durchwühlt habe. Flupp. Ist aber nichts weiter. Tipps für Trainer. Mit dem Y-Knopf erhältst du schnellen Zugriff auf bla 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 und so weiter, wissen wir doch schon. So. Was haben wir hier oben? Wieder ein kleines Mädchen? Feen-Pokémon haben das Feuer in mir entfacht. Sei also vorsichtig. Okay. Ich werde zusehen, dass ich mich an dir nicht verbrenne. An deiner Feenhaftigkeit. Du olle Träumerin, du. Mit deinem lustigen, kleinen, weiterentwickelten Trassler, das voll putzelig aussieht. Ein Kirlia. Notdünger. Was ist Notdünger? Ich weiß nicht, was es ist. Es ist vermutlich irgendwas Tolles oder so. Aber Kirlia wird nicht wirklich Gelegenheit haben, irgendwie etwas zu zeigen von seinen Fähigkeiten. Denn da ist es irgendwie auch schon wieder weg. Ja. Ist ja fast schon traurig. Da erlischt mein Traum vom Sieg. Ja. Das konntest du aber auch nicht wissen, dass ich nun mal der Allerbeste bin. Wie kann man wohl Feen-Pokémon dazu bringen, sich mit Feuer-Pokémon zu verstehen? Naja. Indem du ihnen keine Wahl lässt. So mache ich das zumindest immer. Ach so. Okay. Du bist ja ein toller Trainer. Ja. Ich weiß. Also. Ist doch wirklich so, oder? Ich meine. Wir haben. Als Pokémon-Trainer. Wir schleppen die unterschiedlichsten Pokémon mit uns herum. Ähm. Wahrscheinlich mögen die sich alle nicht mal. Und die denken sich so. Naja. Wir setzen sie ja eigentlich aus. Von Teamkämpfen mal abgesehen. Ja. Sowieso nie gleichzeitig ein. Aber trotzdem. Wahrscheinlich sind die alle so spinnefeind miteinander. In der Anime-Serie, da war das immer so Friede, Freude, Eierkuchen. Wenn ein Trainer die Pokémon gefangen hat, dann waren irgendwie alle anderen Pokémon auch ganz dick Freunde und so. Aber ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Wenn ich jetzt nochmal Zornklinge einsetze, dann ist Sandaren weg, ne? Dann ist das weg. Weg. Und ich bin wieder allein, allein. Ähm. Wingull. Ich möchte dich mal einsetzen. Weil du von Intensität nicht getroffen wirst. Aber dafür für den Torbodreher. Ähm. Ich hatte die Hoffnung, dass du eventuell mit deinem Flügelschlag ein bisschen Schaden verursachst, aber nicht viel. Ja. Hätte sogar ein bisschen mehr Schaden sein können, offen gesagt. Da bin ich jetzt auch mal so ganz ehrlich. Und denk mir so. Wingull. Da hast du jetzt deine Arbeit nicht so zufriedenstellend erledigt, wie ich mir das gedacht habe. Aber na gut. Es ist der Gedanke, der zählt. Okay. Jetzt muss ich sogar aufpassen, dass Wingull mir hin nicht hops geht. So. Wir werfen mal wieder einen Ball. Ein Pokéball? Komm. Hier reicht mal wieder ein Pokéball. Es ist nur ein kleines Sandaren. Nur ein Sandaren. Irgendwie mochte ich Sandaren und Sandamia. Also seine weiterentwickelte Form in Pokémon. Rot, Blau, Gelb. Problem da war, dass von Schlitzer mal abgesehen, irgendwie haben sie nichts Brauchbares erlernt von sich aus. Man musste da eigentlich nur mit TMs arbeiten, damit sie wenigstens auch mal Bodenattacken lernen. Ich glaube in der normalen Edition, in den normalen Editionen hat Sandaren keine einzige Bodenattacke erlernt. Von Sandwirbel vielleicht mal abgesehen. Kann mich aber auch irren. Sandaren. Das Maus-Pokémon. Sandaren hat eine sehr trockene und extrem robuste Haut. Dieses Pokémon kann sich zu einem Ball zusammenrollen, von dem jegliche Angriffe abprallen. Nachts gräbt es sich im Wüstensand ein und schläft dort. Das ist aber schön. Aber eigentlich haben wir es Nacht. Und es schläft nicht im Wüstensand. Na gut, okay. Man kann ja nicht immer überall Wüste haben, ne? Vielleicht ist dieses Sand dann einfach mal extrem gut herumgekommen. So, irgendwas Neues hier, nö. Ich könnte mal wieder eine Maike gebrauchen, die mich ein bisschen heilt. Oh, du bist keine Maike. Aus der Asche ich mich erhebe. Nach einem Kampf ich strebe. Okay. Das ist schön. Ich hätte jetzt auch gerne was gereimt, aber... Eine Herausforderung von Ninja-Junge Eduard. Smogon wird von Eduard eingesetzt. Oh. Ein echter Ninja arbeitet mit echten Gift-Pokémon. Das ist ja irgendwie... Ergibt zwar vielleicht irgendwo Sinn. Trotzdem war ich damals verblüfft oder verwirrt, dass Koga... Der... Arena-Leiter aus Rot-Blau-Gelb... Naja, dass er als Ninja-Gift-Pokémon eingesetzt hat. Irgendwie... Generell Gift-Pokémon... Weiß nicht. Das war eine ganz komische Arena. Finte. Finte, Finte, Finte. Machen wir mal statt Kratzer-Furie. Auf Kratzer-Furie habe ich keine Lust. Zobiris hat Kratzer-Furie vergessen. Jaja. Setzt als nächstes Smogon-Mogon ein. Du kleines süßes Smogon-Smogon. Eigentlich wäre das doch auch eine verhältnismäßig... ...brauchbare Aufgabe für Kamaub, oder? Können wir zumindest vorstellen. Da habe ich es mit meiner ollen Pflanzen-Attacke nicht mal geschafft. Das kleine Smogon kaputt zu hauen. Ja, wenn er jetzt noch einen Smogon hat, dann können wir einfach mal Kamaub in den Kampf schicken. Und dann... Ach nein, können wir nicht. Smogon wird mit ziemlicher Sicherheit die Fähigkeit... ...diesen Schwebe-Zustand besitzen. Genauso hat er auch ganz gerne mal... Amnesie, brauche ich nicht. Magnetilo oder Magneton haben mir, glaube ich, auch sowas ganz gerne. Die können nicht von Boden-Attacken getroffen werden. Das ist so... Warum können Pokémon sowas? Ich meine, es ergibt total viel Sinn. Sie schweben nun mal. Aber es ist nicht gerade praktisch, wenn man das im Vorfeld nicht weiß. So. Ein wundervoller Tackle. Danke Smogon für diese wunderbare Demonstration deiner Fähigkeiten. Wie? Wehrt der Tackle ab. Du kannst das nicht abwehren. Los! Zornklinge! Go, go, go! Warum bricht die Framerate hier eigentlich so ein ganz klein bisschen ein? Nur wegen den ollen Gaswolken, die Smogon so versprüht? Das ist generell irgendwie... Ich hoffe mal... Eine ehrenhafte Niederlage. Ja, ja. Von mir aus. Ich hoffe mal, dass... Die Neuen... Die Neuen... Heißt das etwa, ich soll mich nicht verstecken und ehrenvoll kämpfen? Nun gut, gehabt dich wohl. Ich hoffe mal, dass die Neuen Pokémon Editionen... Schrägstrich Edition... Pokémon Z Fragezeichen... Ähm... Dass die noch ein bisschen stabiler laufen von... Von der... Von der Performance her. Eine Herausforderung von Schirmdame Saskia. Man merkt das ja hier in den Kämpfen. Wenn irgendwie mal mehr los ist, mehrere Effekte, blabliblub... Dann... Ja... Dann ruckelt das Ganze einfach so ein ganz klein bisschen unschön. Das sieht so doof aus. Und das ist so... So furchtbar unnötig einfach. Denk ich mir so. Aber na gut. Vielleicht sind sie auch tatsächlich hier so ein bisschen am Limit, was den 3DS angeht. Vielleicht kommt die nächste Pokémon Edition ja auch schon für... NX heraus, Fragezeichen. Sofern NX vielleicht so ein Hybrid aus Konsole und Handheld ist. Gift-Tieb, was bist du? Ziel wird mit vergiftetem Atem... Äh, nein. Mit vergiftetem Arm oder Tentakel verletzt. Es wird dabei eventuell vergiftet. Mhm. Packe ich dafür den Säurespeier weg? Irgendwie ja schon, oder? Physisch... Spezial... Spezial... Das wäre ein physischer Angriff. Wie sehen die Werte von Tentoxa überhaupt bei physischen Dingen aus? Oder packe ich die Barriere weg? Oder packe ich eine Wasserattacke weg? Blubstrahl hat 65. Aquavella hat nur 60. Aber Aquavella hat immer noch den Vorteil, dass es eventuell verwirren kann. Deswegen ist Blubstrahl eigentlich gar nicht mal so doll. Säurespeier, Gift-Tieb... Schwierig. Ich will Barriere irgendwie nicht weghauen. Ähm... Ach, egal. Es wird sowieso noch eine bessere Wasserattacke lernen. So. Wir packen den ollen Blubstrahl weg. Und dafür hauen wir einfach mal den Gift-Tieb rein. Ich bin total aus der Atem. Jo, das ist schön für dich. Warum erzählst du mir das? Äh, lass mich in Ruhe. Du bist ziemlich stark. Ich gebe zu, ich bin schwer beeindruckt. Tja. Das darfst du auch ruhig sein, Holde Maid. Mit deinem ollen Schirm. So ein Vulkanausbruch ist der eindeutige Beweis. Die Erde lebt. Ja, naja, wie man es halt nimmt. Eigentlich ist das nur irgendwie so ein platten tektonisches Phänomen, das versinnbildlicht, dass unsere Erde immer noch in ständiger Bewegung ist und irgendwie da gewisse Kräfte walten, die von uns nicht kontrolliert werden können. Und das ist vielleicht auf eine gewisse Art und Weise auch gut so. So, alles kleine Stolunior. Ich weiß, dass Reptain absolut keine Attacke hat, die dir gefährlich werden kann. Oh, okay, da habe ich irgendwie mit mehr gerechnet. Gut, dann halt nicht. Obwohl, es ist ja gleichzeitig auch ein Boden-Pokémon, ne? Ich probiere es mal kurz aus. Ja. Warum mache ich mir eigentlich so eine Platte? Stolunior wurde Gegner, äh, wurde Gegner abgesaugt. Wurde Energie abgesaugt. Ist klar. Reptain erreicht Level 35. Yay. Oh, ich glaube, wir werden bald Zeuge eines kleinen Wunders. Du bist irgendwie ganz schön stark. Yay. Und du hast ein Zobiris auf deinem T-Shirt. Und ich trage ein Zobiris mit mir herum. Wenn das mal nicht Schicksal ist, willst du mein bester Freund werden. Vielleicht jetzt und für immer da. Eventuell lässt sich da ja was arrangieren. Ich habe Asche eingeatmet. Ob der Vulkan nun in mir weiterlebt? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Ich würde furchtbar gerne diesen Ball da einsammeln. Gelber Ball bedeutet, dass es eine TM ist, oder? War da nicht irgendwas? Ich glaube. Bin mir unschlüssig. So, Tentoxa. Du darfst dann einfach mal deinen Gift-Hieb ausprobieren. Ich möchte wissen, wie das Ganze aussieht. Sieht gefährlich aus und ist stark. Gefällt mir. Gut. Ich möchte diesen Gift-Hieb loben. Hochdroben. Ehring findet das Item Doppelteam. Tm 32. Da hinten. Achso. Jetzt habe ich schon wieder... Ja, klingling. Ich bin so doof. Ah, du sollst doch... Ich habe falsch Knopf gedrückt. Ich habe das Pokémon überfahren. No. Jetzt mal ernsthaft. Es hätte eigentlich nicht ausweichen können. Ist auch eine Methode, irgendwie Pokémon zu fangen. Einfach mal irgendwie mit dem Auto anfahren oder so. Autofahrers. Mit einem Fortbewegungsmittel. Ihr wisst schon. Das ist so ähnlich, wie wenn wir in freier Wildbahn irgendwie... Natürlich aus Versehen irgendwie gegen einen Wildschwein donnern oder einen Hirsch oder so. Der dann plötzlich aus dem Wald springt. Hat meistens auch ziemlich negative Konsequenzen fürs Auto. Aber naja. Bei Pokémon wäre das vielleicht halbwegs witzig. Weil man sich dann so vorstellen kann... Oh, jetzt liegt es halbtot da. Naja, dann fange ich es mal lieber. Und bringe es dann in ein Pokémon-Center. Passt schon. Über sowas macht man keine Witze, glaube ich. Glaswerkstatt. Hier wird aus Vulkanasche Glasdekor. Cool. Die moderne Wissenschaft kann keine Grenzen. Äh, Dr. Robotnik? Nehmen wir nur mal diese Vulkanasche als Beispiel. Aus ihr kann man Glas machen. Wahnsinn, oder? Ja, totaler Wahnsinn. Ich denke da morgen noch drüber nach. Hallo? Hi? 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 Ho? Nix? Wer bist du? Diese Region ist mit Vulkanasche bedeckt. Ich habe ein besonderes Talent. Ich mache aus Asche Glas und stelle daraus Items her. Hier, das ist für dich. Hering erhält Aschetasche. Die Aschetasche. Natürlich. Der Aschebecher. Okay. Dann packe ich mal die Aschetasche weg. Läufst du mit dieser Aschetasche durch die Asche? Das klingt so blöd. Das tut mir leid. Füllt sie sich automatisch damit? Ach, ich bin mir zu albern. Und wenn du meinst, du hast genug gesammelt, komm zu mir. Okay. Aschetasche. Es macht irre Spaß, im Rhythmus mit dem Husten und Keuchen von meinem Papa in meine gläserne Flöte zu tröten. Okay. Ihr lebt sehr gesund hier vermutlich. In dieser wundervollen Ascheregion. Hier liegt für die Herstellung von Glaswaren benötigtes Werkzeug. Aha. Cool. Ja. Hübsche Wohnung. Ihr habt gar kein Bett, oder? Na gut, wahrscheinlich haben sie das Bettzeug im Schrank und holen es dann eben bei Bedarf des Nachts hervor. Das kann natürlich sein. Ist in Japan, glaube ich, sogar verhältnismäßig üblich. In vielen Wohnungen, wo vielleicht auch nicht mal so viel Platz ist, um irgendwo ein Bett hinzustellen. Das ist eigentlich ziemlich clever, wenn man sich das mal so überlegt. Warum habe ich das nicht so? Ich meine, meine Couch nimmt auch extrem viel Platz weg. Ich meine, okay, aber dafür ist es halt, ist ja nicht nur ein Bett, ist ja auch eine normale Couch. Da sitzt man halt drauf. Und lebt da so ein bisschen vor sich hin. Na ja, ab und zu vor allem am Wochenende. Ach ja. Hui. Wieder ein sehr stabiles Panzer-Eron. Das mich hier mit seiner Anwesenheit beglückt. Wäre höchst schön, wenn Tentoxa sich ein ganz klein wenig darum kümmern könnte. Ein wenig darum kümmern könnte. Tentoxa? Tentoxa? Oh, liebes kleines Tentoxa. Ja, genau. Das wollte ich sehen. Und damit ist es weg. Panzer-Eron besiegt. Und es hinterlässt jede Menge Erfahrungspunkte. Zubiris erreicht schon Level 20. Wingo, Level 19. Er lernt hier noch den Rock-Zuck-Keep. Ja, kann es mal statt Superschall lernen. Superschall ist sowieso ein bisschen... Na ja. Drücken wir es mal höflich aus. Und ja, dann kann unsere Reise direkt weitergehen zum nächsten Ascherhaufen, wo nichts ist. Zum nächsten Ascherhaufen, wo wir nicht hinkommen. Ich hatte ganz vergessen, ich habe die ganze Zeit jetzt gar nicht mehr auf die Karte geguckt. Haben wir jetzt alle Pokémon mittlerweile hier gesehen auf der Route? Oder versteckt sich hier noch irgendetwas Wundervolles, was ich bislang meinen scharfen Äuglein... Ähm, entzieht. Man darf gespannt sein. Es ist so... Ne, wir haben schon die Krone. Ach so. Wir haben schon die Krone. Dann können wir auch die Nachrichten anmachen, ne? Oh. Danke, dass du mich gefunden hast. Aber jetzt müssen wir kämpfen. Okay. Aber nur weil du es bist. Hat er Verstecken gespielt mit irgendjemandem? Ich hoffe nicht. Ninja-Junge Arnd. Ninkada wird eingesetzt. Ich meine, wäre ein bisschen doof. Ach so. Sein Versteck war gut, ja. Aber wie lange wollte er da warten, bis er mal gefunden wird? Bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag? Ich bin mir ja nicht ganz sicher. So, spülen wir mal dieses olle kleine Ninkada das Waschbecken herunter. Sehr effektiv bei jeglichem Spinnengitier. Bupi-dupi-dup. Oh, Kamaupp. Du existierst ja auch noch. Setzt Ninjask ein. Ach, das ist die weiterentwickelte Form von Ninkada, oder? Da war doch noch was bei der... Da war doch noch was, da war doch noch was bei der Entwicklung von Ninkada. Ich glaube, man musste irgendwie einen freien Platz im Team haben, damit neben Ninjask noch zusätzlich Ninjatom erscheint. Ich glaube, das war so. Mach Bekanntschaft mit meiner Ninjutsu-Technik. Vulkanaschenschleier. Was, ist schon wieder alles vorbei? Ja, irgendwie schon. Aber egal. Warst trotzdem ein guter Ninja. Weißt du, was am Verstecken nervt? Es ist ganz schön einsam, wenn einen keiner findet. Sag ich doch. Ziemlich doof. Hering findet das Item Hypertrank. Hyper, Hyper. Okay. Hyper, Hyper? Hyper, Hyper, gucken wir uns auch noch mal dieses kleine süße Pokémon an. Boop, be doop. Ich habe jetzt nebenbei mal die Nachrichtensendung da rechts aus den Augenwinkeln verfolgt. Der wurde irgendwas über Professor Cosmo erwähnt, erzählt. Also den Typen, über den Maike gesprochen hat. Der besteste Buddy von ihrem Papa. Und der wurde wohl irgendwie entführt? Okay. Da haben wir ja wirklich schon quasi was vorweggenommen. Na gut. Das ist doch voll der Spoiler, Mann. Warum spoilert mich das Spiel? Ich verstehe es nicht. Was ist das hier? Route 113. Laubwechselfeld. Ich glaube, wir verlassen so langsam aber sicher die Ascheregion. Und das ist der perfekte Moment, um dann erst einmal wieder eine kleine Pause einzulegen. Puh, ja. Da haben wir den Ascheregen hinter uns gelassen. Und haben wir jetzt ganz schön viel Asche in der Tasche. Und ja. Dann setzen wir unsere Reise beim nächsten Mal einfach mal fort, wenn es weiter geht. Eben mit Pokémon Alpha Saphir. Ich sag dann jetzt aber erstmal wieder tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz ganz bald.